New Sounds, New Stories, Together ist ein interaktives und interdisziplinäres Projekt, bei dem gesammelte Alltagsgeräusche, Videosnippets, Fotos und Zeichnungen zu circa einminütigen Kurzkompositionen und Kurzvideoclips verarbeitet wurden. Das Projekt wurde gefördert von die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustart Kultur und der GEMA. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.